Ich freue mich, dass wir jetzt bei 24.000 Franken sind mit dem Crowdfunding. Die ersten drei Folgen, die wir finanzieren mit dem gesammelten Geld, stammen aus der Komposition, die ich in der Corona-Zeit geschrieben habe, »Alles Ding hat seine Zeit«. Die zweiten drei Folgen sind dann das Weihnachtsoratorium. Und dort ist mir ganz wichtig, wie in den meisten meiner Kompositionen, dass ich die geistlichen Inhalte mit gesellschaftspolitischen Fragen verknüpfe. Und gerade im Magnificat der beiden Frauen, wo die Zukunft der Kinder zur Sprache kommt, ist das Anliegen besonders dringend. Das sollte jetzt klar sein. Und darum bitte helft mit, dass wir bis Mitte Oktober die restlichen 9.000 Franken noch finden. Ich danke euch. Als Gäste sind wir hier auf Zeit, leben wir so, dass auch die Kinder Zukunft bleibt. Vielen Dank. Vielen Dank.